Hallo meine Lieben, ich bin es euch Thomas aka Sparkoyote. Heute möchte ich über mein Nettovermögen sprechen und ihr habt im Titel gelesen, ich habe jetzt die 200.000 Marke geknackt. Es hat ungefähr ein Jahr weniger gedauert als die ersten 100.000, was natürlich klar ist durch das steigende Einkommen mit dem Alter, aber es ist natürlich schon so, dass das denke ich mal immer noch extrem schnell ist im Vergleich vielleicht zu anderen Leuten. Ich möchte einfach so ein bisschen insgesamt erzählen, also nicht wo dieses Geld in dem Sinn investiert ist, weil ich habe ja erst schon gerade kürzlich ein Nettovermögensvideo gemacht, die Asset Allocation ist immer noch sehr ähnlich, auch wenn jetzt der Betrag höher ist und deshalb möchte ich mir eher mehr so ein bisschen auf den Mindset Aspekt fokussieren, vielleicht auch darauf auch auf was für Risiken ich mich vorbereite und wie es jetzt vielleicht auch weitergeht mit dem Vermögensaufbau und ja die 200.000 Marke Grenze ist natürlich ein weiterer Meilenstein, ja die das ist jetzt ein Fünftel einer Million tatsächlich, also es ist schon sehr viel Geld, ja das ist mir bewusst und es ist natürlich jetzt auch so, dass die Leute, die jetzt mein Einkommen auch verfolgt haben, habe da ja Einkommensreport jetzt jeweils gemacht seit längerem schon, haben natürlich gesehen, dass das Einkommen deutlich schnell gestiegen ist, ja und eigentlich im ersten Halbjahr erstmal so ein bisschen aufgebaut werden musste und also ich habe etwa ein halbes Jahr gebraucht, bis ich diesen Breakeven Point erreiche und danach ist ja das Einkommen extrem schnell auch gestiegen und deshalb habe ich eben jetzt schon diese 200.000 Schweizer Franken an Nettovermögen erreichen können. Ich möchte jetzt einfach so ein bisschen grundsätzlich auch noch mal erklären, auch wenn es im Moment so gut läuft, ja und das Nettovermögen jetzt im Moment extrem, extrem schnell steigt, also ich habe jetzt mal so ein Bild gepostet, vielleicht blende ich das hier ein, von meinem Nettovermögen, dass ich tracke exklusive Warenlager, da sieht die Kurve irgendwie so aus und dann geht's steil nach oben innerhalb weniger Monate und das ist natürlich extrem extrem krass, ja, also das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel über nachhaltiges Wachstum sprechen, ist natürlich diese lineare Linie ein nachhaltiges Wachstum, aber auf einmal wenn es so nach oben geht, also so eine exponentielle Form annimmt, ist es vielleicht nicht mehr so nachhaltiges Wachstum, das kann ich jetzt natürlich nicht genau beurteilen, weil das viel zu kurzer Zeitraum ist, das kann ich dann ein paar Jahre down the road, kann ich dann sagen, okay, vielleicht war das doch ein nachhaltiges Wachstum, einfach ich habe das damals noch nicht so richtig begreifen können oder vielleicht ist es eben auch kein nachhaltiges Wachstum und auf einmal geht's richtig nach oben und dann flacht's wieder ab und dann haben wir wieder dieses lineare Wachstum, das weiß ich natürlich nicht und deshalb bereite ich mich immer auf den Worst Case vor und das ist so ein bisschen mein Gedankengang dahinter, ja, was bedeutet das konkret? Ich erhöhe jetzt meinen Lifestyle nicht auf einmal extrem, weil ich irgendwie mehr Geld verdiene, ja, oder zumindest nicht aufgrund dessen. Ich habe insofern meinen Lifestyle in dem Sinne erhöht, weil wir jetzt nachher statt einer Katze drei Katzen haben und wir haben jetzt noch drei Meerschweinchen, ja, und das heißt, der Lifestyle wurde jetzt natürlich erhöht, die Sache ist halt aber die, das hat jetzt nichts direkt zu tun mit dem erhöhten Einkommen, sondern das ist halt einfach geschehen, ja, also das ist einfach, zeitlich hat das halt, ist es genau so passiert und das ist jetzt halt so passiert, ja, und in dem Sinn sind das natürlich wenige, sag ich jetzt mal, zwei, dreihundert Franken, die mich das pro Monat jetzt langfristig gesehen wahrscheinlich teurer werden lassen, ja, zum Leben, ja, weil wir jetzt halt noch mehr Haustiere im Haushalt, mehr Familienmitglieder in dem Sinn haben, aber das sehe ich gar nicht so eng. Andere Ausgaben wie Essen gehen, Privatbedingungen kaufen, die sind immer noch auf einem sehr gleichen oder ähnlichen Niveau geblieben. Klar gibt es mal Monate, wo ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber so der Durchschnitt ist immer noch auf einem gleichen Niveau, das heißt, ähm, ich versuche mich eben auf magere Zeiten vorzubereiten, in dem Sinn auch, äh, in dem, in dem ich halt nicht meinen Lifestyle exorbitant nach oben pushe, ja, also eine Lifestyle-Inflation vermeide, aber im Umkehrschluss ist das Coole und da bin ich auch sehr happy drüber, ich brauche diese Lifestyle-Inflation in dem Sinn gar nicht, ähm, und wenn, man kann jetzt vielleicht auch Lifestyle-Inflation sehen, dass wir jetzt halt ein paar mehr Tiere haben und dann habe ich halt zwei, dreihundert Franken pro Monat für mich persönlich mehr und für meine Freundin auch, wenn wir es ja durch Zweiteilen können, ähm, mehr an Fix-Ausgaben pro Monat, ja, shit happens, ja, dann gebe ich halt statt 2000 Schweizer Franken 2200 bis 2300 aus und hier muss man dann auch bedenken, in diesen 2000 Schweizer Franken sind ja auch schon 420 Franken Steuern mit eingerechnet, die ich jeden Monat zahle und ich habe jetzt halt gemerkt, Steuern, ähm, wird wahrscheinlich mehr werden als diese 420, die ich da damals eingeplant habe, das heißt, ich habe jetzt auch gewisse Monate, wo ich extrem viel, also so 3000-4000 Schweizer Franken an Steuern vorbezahlt habe. Steuern sehe ich jetzt nicht so als die normale Ausgabe an, ja, weil man muss immer bedenken, Steuern wachsen, wenn das Einkommen wächst, ja, wenn ich theoretisch oder praktisch gesehen kein Einkommen mehr hätte, ja, dann würde ich auch in dem Sinn keine Steuern bis auf die Kopfsteuer zahlen und hätte noch irgendwelche Prämienverbilligungen und sonst noch irgendwas, ja, und dann werden meine Ausgaben auch nochmal deutlich niedriger, ja, das heißt, das ist auch so ein Punkt, Steuern sind zwar Ausgaben, ja, gebe ich vollkommen recht, die budgetiere ich auch, aber Steuern sind nicht solche Ausgaben, mit denen man langfristig in dem Sinn rechnen muss, ja, weil wenn das Business schlechter läuft, zahlt man auch weniger Steuern, wenn es privat einkommenstechnisch schlechter läuft oder man gar kein Einkommen auf einmal mehr hat, ja, dann zahlt man auch keine Steuern, ja, solange man halt diese Rücklagen gemacht hat und keine Schulden bei den Steuern hat, ist alles in Ordnung im Lot und darum auch wieder eine Vorbereitung für mich, damit ich auch zum Beispiel nicht irgendwie in die Gefahr komme, dass ich zum Beispiel riesige Steuerrechnungen nachzahlen muss, ja, dann zahle ich einfach die Steuern im Voraus regelmäßig oder vielleicht auch mal, ja, punktuell, wenn ich sage, okay, hey, jetzt merke ich gerade, es waren gerade richtig heftige Monate am Start, jetzt zahle ich einfach mal 3.000 oder 4.000 oder 2.000 Steuern nochmal zusätzlich zu den Daueraufträgen, die ich an Steuern zahle, nochmal oben drauf und dann wird dann nächstes Jahr die Steuererklärung gemacht, geschaut und getan und dann merke ich, okay, hey, ich habe vielleicht 1.000 Franken zu wenig gezahlt oder ich habe 1.000 zu viel gezahlt oder 500 zu wenig oder 1.500 zu wenig, aber das ist dann nicht so schlimm, ja, insgesamt, weil ich habe einen Großteil der Steuern vielleicht 8.000, 9.000 dann zum Beispiel schon gezahlt, ja, und dann tun diese 1.000, die ich dann zu wenig gezahlt habe, auch nicht mehr weh, sondern sind sehr überschaubar, ja, das heißt, ich versuche gezielt in dem Sinn, mein Risiko oder zumindest mein Wohlbefinden, indem ich halt diese Dinge halt genug im Voraus zahle oder halt genug Rücklagen habe, ja, mein Wohlbefinden halt auch zu stärken, ja, weil es ist halt einfach so, wenn du richtig gute Monate hast, ja, und ich rede jetzt wirklich von, das habe ich jetzt so in den letzten paar Monaten gemerkt, richtig gute Monate, wo man halt wirklich mehrere 10.000 in dem Sinn an Einnahmen generiert, über alle Einnahmensquellen, das sind Dividenden, Kooperationen, P2P-Kredite, Webshop, ja, Webshop, also Umsatz nicht, aber Webshop Gewinn und so weiter, wenn da halt wirklich extrem viel reinkommt, ja, dann ist es natürlich so, dass, wenn man halt Ausgaben von 2.000, 2.500 Schweizer Franken hat privat, enorm krass, ja, das sind dann enorm krasse Summen, wo da einfach zusammenkommen und dann, da bin ich ganz ehrlich, da habe ich gewisse Momente, wo ich ganz kurz, also was heißt ganz kurz, für so ein paar Minuten, wo ich mir einfach denke, ich verliere den Bezug zu Geld, ja, also den Bezug zu Geld in dem Sinn, ähm, das, also als Beispiel, den Bezug zu Geld, das Ding hier, ich würde jetzt für das Ding vielleicht, keine Ahnung, 5 Franken oder so zahlen, als Beispiel, ja, und dann den Bezug zu Geld verlieren, damit meine ich dann zum Beispiel, mir wäre es dann aber auch egal, wenn ich 25 für das Ding zahle, ja, es wäre mir egal, wenn ich 20 hier oben drauf zahle, und das meine ich mit, äh, dem Bezug zu Geld verlieren, und das ist nur, das sind nur so kleine Momente, und, ähm, davon zum Glück, ja, weil ich halt einfach, äh, in dem Sinn sehr gerne halt so liebe, wie ich lebe, oder relativ spartanisch, wie das auch einige sagen würden, oder minimalistisch, habe ich so ein bisschen den, den Bonuspunkt zum Glück, ja, dass ich zum Beispiel, ähm, dann trotzdem weiß, okay, hey, ich würde jetzt für das niemals 25 Franken ausgeben, äh, weil ich das nicht, äh, weil ich da nicht so viel Mehrwert draus ziehe, würde, weil das einfach nur ein Becher ist, äh, der zwar, äh, ein Getränk warm oder kalt ist, also nur ein Becher, ja, und das habe ich so ein bisschen in den letzten Monaten gemerkt, aufgrund des deutlich, deutlich extrem krassen, äh, Bruttoeinkommen, oder Einkommen oder Einnahmen, die jetzt da reingekommen sind, und ich versuche mich halt da auch immer wieder bewusst zu erden, und mir jetzt einfach zu sagen, hey, ähm, das ist jetzt im Moment einfach eine gute finanzielle Zeit, das kann aber auch mal schlechter laufen, ja, und man muss halt immer so ein bisschen überlegen, wie man wirtschaftet, ja, sowohl privat, als auch im Geschäft, also im Business, ja, und, ähm, zum Beispiel, wie ist es in meinem Webshop-Business, ja, da ist es im Moment tatsächlich so, äh, ein Teil des Cashflows, das halt reinkommt, das pumpe ich halt immer schön in den Webshop, ja, ähm, also es ist nur ein Beispiel, ja, ähm, nehmen wir an, es kommen 10.000 Schweizer Franken rein, ja, dann habe ich jetzt meine eigenen Kosten gedeckt, 2.000 Schweizer Franken, plus noch mal ein 1.000er Steuern, 3.000, also 7.000 sind noch übrig, dann, ähm, habe ich noch den Geldmagneten, dann sind noch 6.000 übrig, und dann haben wir eben diese 6.000 übrig, jetzt würde ich noch sagen, okay, nehmen wir 3.000 oder 4.000 Schweizer Franken davon, und stecken das ins Webshop-Business, und damit kann ich Waren kaufen, den Rest lassen wir noch irgendwo Cash liegen, oder ich kaufe damit Aktien, Entschuldigung, oder was auch immer, ja, und, ähm, das bedeutet dann für mich, dass ich da halt auch viel in meinem Business, also ins andere Business stecke, in den Webshop, und mit diesem Geld dann halt auch Waren kaufe, ja, und dadurch, dass ich jetzt im Moment auch so viel Cashflow habe, in dem Sinne auch einiges an Cashflow in den Webshop reinpumpen kann, kaufe ich halt entsprechend etwas mehr Waren als sonst, ja, aber da ist es natürlich dann auch so, da muss man halt auch wieder gut haushalten, man muss dann halt auch schauen, dass dann alle Rechnungen gezahlt werden, von allen Services, die man benutzt, und natürlich muss man halt auch, oder sollte man halt auch Waren kaufen, die dann langfristig auch Erfolg haben, und da greift man auch manchmal ins Klo, das ist normal, ich habe auch irgendwelche Produkte, die sind jetzt schon seit 3 Jahren im Regal und verkaufen sich einfach fast gar nicht, ja, und dann ist es langsam an der Zeit, dass man die ausmistet und verramscht, ja, oder vielleicht noch den Einkaufspreis bekommt, wenn es hochkommt, solche Sachen halt, aber das ist völlig, völlig normal, das ist bei jedem Reselling-Business so, da gibt es nicht irgendwie, dass du von 100 von 100 Produkten sind alles Bestsellern, ja, das heißt, du hast da immer irgendeine Quote, wo du halt ins Klo greifst, ja, und das ist halt auch mit Erfahrung gekoppelt, aber das heißt grundsätzlich, ihr seht, also die Situation, die ich im Moment habe, auch wenn ich jetzt ein deutlich höheres Nettovermögen habe, als jemals zuvor, ja, also das heißt, ich hatte noch nie so viel Nettovermögen wie bis dato, und es wächst weiter, sprich, jeden Monat hatte ich noch nie so viel Nettovermögen wie zuvor, ja, ähm, es zeigt mir halt einfach, dass zwar dieses Nettovermögen da ist, investiert ist grundsätzlich, oder halt auch teilweise als Cash da ist, aber trotzdem, ähm, ich mich davon nicht irgendwie verleiten sollte, ähm, oder mich in eine falsche Sicherheit wiegen sollte, ja, das heißt immer noch, ähm, also es gibt, ich weiß nicht, wie das Sprichwort geht, oder ich habe einfach, oder vom Kontext her, ich habe es mal so gehört, man sollte einfach immer so wirtschaften, ähm, wie man es auch tun würde, in dem Sinn, ja, wenn man nur wenig Geld hat. Was ist damit gemeint? Ähm, dass man halt einfach den Best, oder den besten Return für den Dollar oder für den Franken bekommt, ja, unabhängig davon, ob man, ob man jetzt gerade ultra gute Zeiten hat, wo richtig das Geld einfach, äh, man angeschmissen bekommt, ja, man sollte den Dollar oder den Franken immer so verwenden, dass er, äh, trotzdem gleich effizient ist, egal wie viel man gerade verdient, ja, nicht, dass man ab einem gewissen Punkt, wo man extrem viel verdient, sich sagt, ja, es kommt eh so viel Geld rein, ähm, ja, scheiß drauf, wenn wir irgendwie 20% weniger Gewinn machen, aber, ähm, ja, also, klar, es gibt da so eine gewisse Balance und so weiter, und klar, es gibt individuelle Fälle, aber grundsätzlich bin ich schon so der Meinung, dass, dass die Effizienz dieses Geldes oder dieses Kapitals doch schon, ähm, genauso gut genutzt werden soll, wenn viel Einkommen da ist, viel Cashflow da ist, genauso wie wenn wenig Cashflow da ist, weil, ähm, das garantiert halt auch so ein bisschen, dass man halt auch immer die Edge oder an der Edge ist, ja, weil sonst wird man langsam so bequem und dann macht man nichts mehr Neues und dann stagniert man, ja, und, ähm, das ist das, was man halt vermeiden oder in meinen Augen, was ich vermeiden will für mich, ja, weil ich habe auch ab und zu so ein bisschen gemerkt, und da bin ich ganz ehrlich, ähm, und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt eine Woche krank gewesen bin, das war natürlich jetzt nicht so geil, ähm, das ist, ich wünsche niemandem, dass er krank wird, ja, aber ich hatte da halt wirklich eine Erkältung, Husten, Grippe-mäßige Symptome, äh, fast eine Woche lang, aber davor hatte ich auch schon so Momente oder so Wochenenden, wo ich mir eigentlich, normalerweise, wo ich da eigentlich arbeiten würde oder wirklich, äh, Gas geben wollen würde oder einfach arbeiten würde und mir einfach gesagt habe, hey, ich habe es mir ja eigentlich verdient, jetzt kann ich doch mal auch ein bisschen, ähm, ja, mich mal ein bisschen zurücklehnen, mal ein bisschen da das Wochenende genießen, mal das und das machen, habe ich dann auch gemacht, ja, ähm, aber es soll natürlich auch nicht übertrieben werden in beide Richtungen, nicht, ja, und, ähm, das ist halt so was, was ich, äh, auch gemerkt habe, dass ich jetzt zum Beispiel nicht immer auch als Ausrede nutzen sollte, ähm, ich habe es mir ja verdient, ja, jetzt ist so viel reingekommen in diesem Moment, jetzt habe ich es mir verdient, jetzt kann ich mir, äh, zum Beispiel, äh, Freizeit gönnen, jetzt kann ich mir mal so richtig einen Tag Netflix gönnen, klar, das mache ich alles schön und gut, aber es soll in einem gewissen Maß bleiben und dann auch nicht übertrieben werden und dann auf einmal bin ich dann nur noch irgendwie die ganze Woche nur noch am Netflix schauen, ja, also davon bin ich noch weit entfernt, aber ich meine jetzt einfach grundsätzlich, ja, und das sind halt alles so Punkte, wo halt für mich neu ist und, äh, ich da auch mit klarkommen muss mit solchen Situationen und ich bin auch nur ein stinknormaler Mensch, also genauso wie du, äh, und nicht irgendwie, äh, über, ähm, Maschine oder was auch so mal, ich habe auch Emotionen, ich habe auch Bedürfnisse, ich habe auch Dinge, die ich machen will, Dinge, die ich nicht machen will und, ähm, ja, es ist jetzt ganz krass, wie wir jetzt hier abgeschweift sind vom Nettovermögen, äh, aber grundsätzlich, ich hoffe, das Mindset ist so ein bisschen klar, ähm, und, äh, man merkt halt auch vielleicht, wie kommt man überhaupt in einem jungen Alter, weil ich mit 23 bin ich wirklich noch ein, äh, ein Grün hinter den Ohren, ja, wie kommt man überhaupt in einem jungen Alter überhaupt an so ein Nettovermögen, es ist ganz klar, es sind irgendwelche, in Anführungsstrichen, Opfer in dem Sinn, ähm, die man halt machen muss, äh, in dem Sinn, ja, das heißt zum Beispiel, man arbeitet auch mal an Wochenenden, äh, man arbeitet, äh, nachdem man auch von der Arbeit, ja, als Angestellter nach Hause angekommen ist, dann arbeitet man weiter in eigenen Projekten, man hat in dem Sinn weniger Freizeit, klar, man benutzt die Freizeit ja für sein Business, aber ich meine jetzt mit Freizeit, Freizeit, wo man wirklich abschaltet, ja, klar gibt's für Leute, die sagen, und das ist auch bei mir oft so, ähm, in meinem Business kann ich auch irgendwie abschalten, ich kann mich konsultieren, aber ich meine mit abschalten in dem Sinn auch wirklich erholen, ja, ich erhole mich zum Beispiel, und das ist, ich weiß, wie ich mich erhole, ja, ich erhole mich zum Beispiel, wenn ich Netflix schaue oder irgendwelche Animes schaue oder Mangas, Webtoons, Manwas lese, da kann ich mich echt erholen, das ist so ein bisschen, ähm, richtig cool, oder auch bei den Büchern, ja, ähm, wenn ich Bücher lese, Sachbücher, davon, das finde ich auch sehr erholsam, weil ich dann da lesen kann, drüber nachdenken kann, aber noch viel erholsamer finde ich, wenn ich dann so einen japanischen Light Novel lese, natürlich auf Englisch, und da eigentlich so einen Roman im Prinzip lese, ja, ähm, und davon erhole ich mich nochmal viel, viel mehr, ja, das heißt, ich weiß, wie ich mich erhole, und ich weiß halt auch, was Energie zehrt, und es gibt dann auch so Zwischendinge, ja, und ich meine jetzt damit nicht, ähm, dass ich mein Business oder das, was ich mache, nicht gerne habe, ja, aber auch Dinge, die man gerne macht, kostet Energie, weil, äh, ihr wisst ja, bestes Beispiel, man hat einen richtig geilen Tag im Europapark, es war alles richtig geil, hat richtig Spaß gemacht, es war erholsam in dem Sinn, äh, psychisch, weil du konntest, ah, dies, das, aber am Ende des Tages bist du trotzdem hundemüde und musst schlafen gehen, ja, so bedeutet also nicht, dass Dinge, die man mag und gerne macht, nicht irgendwie nicht müde machen, ja, es kostet trotzdem Energie, und darum ist man auch am Ende des Tages, auch wenn man, äh, in den Ferien gewesen ist, ja, trotzdem hundemüde und will einfach schlafen gehen und am nächsten Morgen direkt weitermachen, ja, und, ähm, ja, ich hoffe so ein bisschen, äh, das Video, auch wenn es ein bisschen abgeschweift ist, ihr konntet da irgendwas mitnehmen, schreibt mir auch gerne, äh, in die Kommentare, wie ihr mit eurem Nettovermögen umgeht oder was da so eure Ziele sind, so in den nächsten fünf bis zehn Jahren oder wo ihr heute schon steht, wenn ihr das überhaupt teilen möchtet, ja, weil ich kann auch verstehen, wenn man das nicht, äh, im Internet teilen möchte, und ansonsten bedanke ich mich gerne fürs Zuschauen bei diesem Video, gerne Daumen nach oben auch da lassen, wenn euch dieses Video gefallen hat, oder im Finanzrudel Community Club vorbeischauen, einfach finanzrudel.ca slash club, würde ich mich freuen, da diskutieren wir über Aktien, Business und Minimalismus und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, tschö Leute. Und dann geht's, tschö Leute. Vielen Dank.